Unser kleines Jeansprogramm, das heißt eine Jeansjacke für 59 Euro, auch nochmal gespielt mit Reißverschlüssen, Stehbord, also man kann es super toll schließen. Dazu passen die Jeans, auch wieder von Moza, hier an der Seite etwas verspielter, mit einem Reißverschluss für 49 Euro, hat auch einen perfekten Sitz. Diese Jeans, jetzt geht es auch nochmal, ein bisschen aufgelockert durch das Flicken, ist aber unterlegt, damit es auch schön warm ist, an den Beinen, für 49 Euro. Dann zeige ich euch jetzt auch nochmal, Jeanshosen von Moza, für 49 Euro, und die nochmal mit Strasssteinchen und Stickereien verziert. Die nächste Jeans, jetzt geht es auch etwas verspielter, eine Seite mit Knopfleiste. Diese klassische Jeans kommt 29 Euro. Nochmal Moza, für 49 Euro, auch wieder verspielt seitlich mit Reißverschluss und links mit Knöpfchen zum Schließen. Nochmal 49 Euro, nochmal die Kicken Jeans. Für 49 Euro. Ja, hier nochmal die Moza, einmal mit Knöpfchen, jetzt auch in Schwarz, statt nur in Blau, auch für 49 Euro. Die klassische Jeans, nochmal für 29 Euro, hat auch einen super Sitz, ist etwas leichter. Hier nochmal eine Jeans für 39 Euro. Hier gibt es auch verschiedene Faden. Hier gibt es auch verschiedene Faden. Hier gibt es auch verschiedene Faden. Hier gibt es auch called 50 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020